Hallo Leute, in diesem Video geht es mal wieder um The Walking Dead, speziell um den Teaser zum Mid-Season-Finale, zur letzten Episode, die dieses Jahr noch erscheinen wird. Ich will den Trailer besprechen, Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, solltet ihr das unbedingt vorher machen, damit ihr versteht, worüber ich hier gleich alles reden werde. Vorab zur Information, ich werde nämlich gleich morgen noch ein Video veröffentlichen über Walking Dead, da geht es um meine Todeskandidaten für das Mid-Season-Finale, also die Charaktere, die meiner Meinung nach am wahrscheinlichsten sterben werden. Und am Freitag gibt es dann das richtige Spoiler-Video, wo ich dann mir erst dann auch die Spoiler zu Gemüte führen werde und dann halt auch ein Video dazu mache, was wird passieren im Mid-Season-Finale, für diejenigen, die das interessiert. Damit du die Videos nicht verpasst, solltest du den Kanal abonnieren und die Glocke daneben für Benachrichtigungen aktivieren. Auf die Art bekommt ihr dann auch immer eine Mitteilung, wenn es denn soweit ist. Also, was hat uns der Trailer alles verraten? Wo stehen wir eigentlich? Was ist so die Ausgangssituation? Reden wir nochmal ganz kurz darüber. Im Moment ist Rick Grimes jetzt beim Sanctuary angekommen und stellt fest, oh shit, alle Beißer sind weg. Der Teaser zeigt uns hier, wie er noch mit Jadis und Co. unterwegs ist. Genau dort, Waffen sind natürlich schon ein bisschen angehoben und man ist bereit und plötzlich werden sie beschossen. Sie gehen in Deckung, mehr sehen wir an dieser Stelle nicht. Was ich hervorheben möchte, ist, es ist noch Tag. Also, hier wird genau dort weitergemacht, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Gleichzeitig sehen wir immer noch am Tag, das sind die einzigen beiden Szenen, die wir am Tag sehen im Teaser, wie Michonne und Daryl sich unterhalten. Daryl noch sehr, sehr hochnäsig und arrogant ist es geschafft. Wir haben es gepackt. Jetzt gehen wir da nur noch hin und, ja, verlangen, dass sie eben aufgeben, dass sie sich ergeben werden. Das ist ja generell schon der Plan gewesen. Warum muss der aber jetzt unbedingt dort natürlich jetzt diesen Eingang schaffen für die Beißer? Warum muss der das Ganze so provozieren? Denn der eigentliche Plan hat so ausgesehen, dass man die dort aushungern lassen wollte, dass es den Leuten immer schlechter geht, dass sie ins Schwitzen kommen und sich dann eben nochmal überlegen, jetzt nie endgültig auszuhändigen. Das war zumindest der Plan, denn man hatte ja vor, durch die Beseitigung der Außenposten, dass sie eben keine Lieferung mehr bekommen, dass sie kein Essen mehr bekommen und so weiter, dass ihre Vorräte alle gehen. Natürlich können dort noch außerhalb des Sanctuaries rein theoretisch noch Leute unterwegs sein. Ich bin der Meinung, die meisten haben sie jetzt beseitigt. Ich will nochmal daran erinnern, wir haben drei Außenposten gehabt, die wurden alle bekämpft. Letzten Endes wurden alle plattgemacht, die dort waren. Und die beiden Personen, die beiden Saviors, denen dann Rosita und Michonne in diesem Lagerhaus begegnet sind, das dann von Daryl gerettet wurde, sag ich mal, mit dieser Fat Lady, also mit dem Wagen, mit den vielen Lautsprechern. Die beiden, die waren draußen selber irgendwie beim Plündern unterwegs. Die waren auf der Jagd. Und deswegen waren dort noch welche außen. Es könnten noch mehr so unterwegs und draußen sein und vielleicht das Sanctuary gesehen haben und hier helfen. Das zumindest ist der Verdacht von Jesus und Maggie. Die beiden sehen wir auch in der kommenden Folge. Man sieht zunächst eine Gruppe von Wagen, eine kleine Kolonne, aber das waren alle mit so einer Seitenverkleidung, wie wir sie aus der ersten Episode kennen. Und das heißt, es geht natürlich hier um die Gruppe von Maggie und Jesus, beziehungsweise um die Hilltopper, die vermutlich auf dem Weg nach Alexandria sind. Davon ist auszugehen, doch die Straße wird blockiert. Sehr, sehr typisches Verhalten für die Saviors-Niggans-Gruppe ist das schon gewohnt und geübt. Die Frage ist, werden die hier sich an dieser Stelle dann begegnen? Wird das dazu kommen, dass man denen hier schon gegenübersteht? Wie gibt es hier eine Gruppe von Saviors, die dann wieder anfängt, aus den Gebüschen herauszukriechen und zu pfeifen und dann Maggie in ihre Gewalt zu nehmen? Das bleibt ein bisschen offen. Außerdem haben wir dann noch Enid und Aaron. Die beiden waren unterwegs, haben sich aus Hilltop heimlich verabschiedet. Keiner weiß, wohin so genau. Und das, was wir jetzt hier im Teaser zu sehen bekommen, ist, dass sie irgendwie sich in ihrem Wagen recht ruhig verhalten wollen. Denn irgendjemand, eine sehr, sehr dunkle Gestalt, beziehungsweise so durch den Schatten nicht zu erkennende Gestalt, da tritt irgendwie hervor an einem LKW. Aber wir wissen immer noch nicht, wer das ist. Erste Theorie war von irgendjemandem in meiner Zuschauer. Das könnte ja Heath sein. Theoretisch möglich. Ich erwarte nicht, dass er jetzt so plump da irgendwie wieder reinkommt. Aber ich bin gespannt, denn ich wüsste echt gern, wohin waren die beiden unterwegs? Was haben sie vor, um ihren Sieg sicherzustellen? Nein, das ist leider offengelassen worden. Bleibt aber eben halt jetzt dann zu erwarten. Ich bin sehr, sehr gespannt, wem sie dort begegnen, weil es sieht ein bisschen spannend aus. Carol war ein bisschen am Rennen im Teaser, habe ich jetzt gesehen. Die war aber schon in Alexandria. Die haben wir doch zuletzt erst noch im Kingdom gesehen, während sie mit King Ezekiel angesprochen hat. Kleine Info vorab. Könnt ihr im Teaser nicht sehen, es gibt ein Promo-Bild von King Ezekiel. Nochmal erneut an seinem Thron mit der Kette von Shiva. Dort liegen, kauernd, sitzend. Und dem geht es immer noch schlecht. Das heißt, ich denke, wir werden diese Szene vielleicht nochmal sehen in der kommenden Folge. Nur hoffentlich schafft sie es, ihn zu animieren, eben mitzukommen, in den Krieg zu ziehen. Ansonsten ist sie selbstverständlich hier alleine unterwegs, ob sie jetzt Jerry mitnimmt oder nicht. Also wenn Ezekiel nicht mitkommt, wird Jerry, glaube ich, auch im Kingdom bleiben. Schade eigentlich. Den habe ich immer so gern. Trotzdem wird Carol unterwegs nach Alexandria sein und die wird es wenigstens schaffen, so viel weiß ich. Ansonsten haben wir hier noch die Szene von Daryl mit Rosita an seiner Seite. Die beiden werfen hier eine Art Feuerwerkskörper auf die Straße. Wir haben noch ein weiteres Bild von Taron und Michonne. Ich habe mich zunächst gefragt, okay, sind die jetzt an verschiedenen Orten? Aber erst durch ein Standbild konnte ich sehr genau erkennen, okay, es handelt sich um die exakt gleiche Szene. Alle vier sind sie wieder gemeinsam draußen, wie es aussieht. Offensichtlich sind sie hier irgendwie auf der Straße. Ich frage mich, wieso? Denn, wie wir eben festgestellt haben, natürlich wird Alexandra jetzt bei Nacht angegriffen. Negan steht vor den Toren und das heißt, eigentlich ist es gilt, die Gemeinschaft zu verteidigen. Wieso also verlassen die vier die Sicherheit und begeben sich auf die Straße, um hier irgendwas mit diesem Feuerwerkskörper oder so anzustellen, was auch immer das sein soll? Da bin ich gespannt drauf. Dennoch, der große Punkt natürlich in diesem Teaser ist Negan und sein ganz freundliches Anklopfen an die Tore von Alexandria und der Warnung, ihr habt genau drei Minuten Zeit, dann öffnet ihr mir die Tore und ansonsten wird es hier erstmal ganz schnell jemanden erwischen, irgendjemanden. Und dann übrigens auf jeden Fall noch Rick Grimes. Den werden wir in ganz großem Stil hier hinrichten und dann können wir einfach nur weitermachen wie bisher. Was ich ziemlich krass finde, wenn man bedenkt, ja, was alles passiert ist, was alles getan wurde, wie viele Leute insgesamt getötet wurden, dass Negan von sich aus, sag ich mal, immer noch die Einstellung hat zu sagen, okay, wisst ihr was, ich behalte euch alle, es muss nur Rick sterben. Er ist der Einzige. Es muss ja nur eindrucksvoll geschehen. Zumindest ist das sein Glauben, seine Erwartung. Ich persönlich bin ja der Meinung, nach allem, was passiert ist, nachdem man so hart gekämpft hat und er würde jetzt Rick Grimes hinrichten, ich glaube nicht, dass unsere Gruppe und die ganze Milizie aufhören würde, gegen Negan zu kämpfen. Ich bin der Meinung, man würde ihn weiter bekämpfen. Ist meine Vermutung. Die Frage ist doch, wie viele Männer hat er tatsächlich noch im Sanctuary? Ich meine, können die irgendwie dagegen halten? Denn die ganzen Außenposten wurden beseitigt. Man erinnert sich an das Finale der siebten Staffel, wo er sagt, wir ziehen in den Krieg und es waren gefühlt tausende Saviors. Inzwischen dürften es bei weitem nicht mehr so viele sein, als sage ich ja nur gefühlt, vorsichtig. Jedenfalls bleibt es spannend, wie das Mid-Season-Finale hier aussieht und ehrlich gesagt, ich bin schon sehr, sehr gespannt. Ich habe meine Ideen und meine Theorien, wer alles sterben könnte und wieso, weshalb, warum. Dazu gibt es, wie gesagt, dann morgen nochmal ein Video. Ich will nochmal anmerken, dass es in dieser Staffel einen Neuzugang gegeben hat. Sein Name ist Zidig. Karl hat ihn aufgelesen. Der Punkt ist, wir haben ihn in der ersten Folge gesehen, okay, da ist er mit Rick noch an dieser Tankstelle gewesen und ja gut, Rick hat dann Zidig verscheucht. Wir haben Karl dort gesehen. Später dann, in der sechsten Episode, hat Karl ihn dann im Wald gefunden. Ich will hierbei anmerken, es ist leider immer noch sehr, sehr, sehr undeutlich, wie viel Zeit zwischen diesen Momenten dann vergangen ist. Also zwischen dem ersten Kontakt und wann wir ihn dann gesehen haben. Beziehungsweise genau so wissen wir eben nicht, wie viel Zeit zwischen dem Finale der siebten Staffel vergangen ist und dem eigentlichen Auftakt der achten Staffel jetzt, wann sie dann eben bei Negan vorgefahren sind. Wie viel Zeit hatten sie dazwischen? Und für mich steht halt die Frage noch offen im Raum, hat man Zidig schon vor der ganzen Aktion gefunden und aufgegabelt? Ja, damit ihr versteht, worauf ich hinaus will. Wenn sie Zidig schon mitgenommen haben, weil wir haben ja nur noch Karl gesehen im Laufe der sechsten Folge, wie er ihn aufgesammelt hat und mitgenommen hat nach Alexandria. Aber der Punkt ist, er hatte dort andere Kleidung an als jetzt im Teaser zur kommenden Folge, beziehungsweise in der ersten Folge auch. Er hat andere Kleidung an. Warum sage ich das? Warum hebe ich das so hervor? Im Laufe dieser achten Staffel sind jetzt gerade mal so ein bis zwei Tage vergangen, in meinen Augen. Wenn ihr euch das ganz genau anseht, Folge für Folge, es sind gerade mal ein bis zwei Tage vergangen, seit Anfang an. Und das heißt für mich, Karl wird sich hier nicht fünfmal umgezogen haben, okay, von der ersten Folge, in der das irgendwann mal passiert ist, zu der jetzigen Folge, oder zur sechsten Folge, wo er dann Zidig aufgegabelt hat. Ihr erinnert euch, er ist hingefallen in dieses halb gefressene Reh und war dann mit seinem Rücken völlig mit Blut beschmitten. Natürlich würde er sich dann umziehen, aber würde er jetzt wirklich Alexandra verlassen, während sie angegriffen werden? Daher gehe ich davon aus, dass es vorher passiert sein muss, theoretisch. Und das würde heißen, dann hätte Rick Zeit gehabt, diesen Mann doch noch kennenzulernen und dann letzten Endes eben diesen Satz zu lernen, den er damals gesagt hat in der ersten Folge, meine Barmherzigkeit überwiegt den Zorn, der in mir wütet. Und das ist so ein ganz, ganz großer Moment, denn ich fürchte, das wird nicht mal mehr im Midseason-Finale passieren, sondern erst im Finale der achten Staffel. Wenn sie sich dann Nigen tatsächlich schnappen und dann kann es so aussehen, dass jemand, der Rick sehr, sehr nahe steht, gestorben ist, getötet wurde und er sich ja eigentlich rächen will, aber dann Nigen am Ende verschont. Aber das vermute ich eher erst zum Ende der achten Staffel. Immer mehr wirkt es danach, denn entweder müssen wir uns noch aufklären, wann er diesen Satz wirklich gelernt hat von Zidig. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er das von der Tankstelle sich gemerkt hat und in dem Pass einen Moment so wiedergeben kann. Oder im Verlauf der zweiten Hälfte der achten Staffel wird er jetzt Zidig besser kennenlernen, wenn er sich treffen. Das heißt, das Ganze war so eine Art Foreshadowing, dass man Zidig hier aufgabelt, weil ich fände es auch komisch, jemanden aufzunehmen und mit nach Hause zu bringen, während man eigentlich gerade im Krieg ist. Und wie gesagt, mitten in diesen paar Folgen hat er das jetzt eigentlich nicht getan. Das heißt, es ist irgendwie außerhalb der aktuellen Zeitgeschichte geschehen. Bin ich der Meinung. Vielleicht seht ihr das anders, vielleicht habt ihr andere Gedanken. Was denkt ihr vom Mid-Saison-Finale? Freut ihr euch drauf? Ich meine, jetzt mal ehrlich, ich freue mich schon vor allem auf die Besprechung danach. Ehrlich gesagt freue ich mich darauf immer so ein bisschen mehr als auf die Folge, denn das wird wieder richtig cool. In diesem Sinne hoffe ich natürlich euch gefallen so die ersten Einblicke von mir, meine Gedanken zum Teaser, zum Trailer. Was sind eure Gedanken? Schreibt es unten in die Kommentare, lasst mich daran teilhaben. Ich hoffe, wir sehen uns dann spätestens morgen im nächsten Video. Ansonsten natürlich dann am Montag zur Review beziehungsweise zur Live-Besprechung abends um 22 Uhr. Seid mit dabei, nichts verpassen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Man sieht sich, macht's gut. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020